Hallihallo, schön, dass du vorbeischaust. Hier ist Teresa von Sammy Dolls. Ich wollte mich mal wieder hier persönlich melden. Das habe ich ja schon länger nicht mehr gemacht. Ich habe schon lange kein Video mehr hochgeladen oder es war auf jeden Fall eine große Pause zwischen den Uploads. Und zwar ist es, weil ich gerade an einem großen Projekt arbeite. Das sind mehrere Schnittmuster auf einmal, die alle zu derselben Kollektion gehören. Ich will nicht zu viel verraten, aber es macht richtig viel Freude und ich arbeite sehr, sehr intensiv daran. Ich habe schon die ersten zwei oder drei Schnitte fertig. Es werden noch einige hinzukommen. Es wird viel hinter den Kulissen hier genäht und probiert und designt und digitalisiert und vermessen und wieder abgeändert und so weiter. Das dauert alles immer viel, viel länger, als ich mir das so vorstelle. So als ich die Idee hatte, dachte ich, ach ja, das mache ich mal. Das klingt klasse. Das mache ich mal eben schnell. Vielleicht mache ich so einen Schnitt pro Tag oder so. Leider dauert das alles immer viel, viel länger. Aber es wird sich lohnen auf jeden Fall. Ich will nicht zu viel verraten. Dann gibt es noch eine kleine Änderung bei den Freebie des Monats. Und zwar wird das Freebie des Monats von jetzt an für die ersten zwei Tage des Monats gratis zur Verfügung stehen und danach wird es dann im Shop zur Verfügung stehen zum Kauf, zum Herunterladen. Und zwar ist das Freebie des Monats März dieses kleine hier. Und zwar hat eine ganz tolle Teilnehmerin oder ein tolles Gruppenmitglied, Isabelle, hat vorgeschlagen, dass ich ein kleines Häschen als Freebie mache für den März, weil da gibt es ja auch und so weiter. Danke dir, Isabelle. Das war eine super Idee. Das hat mir richtig viel Spaß gemacht, das Häschen hier zu designen und zu gestalten und so weiter und zu nähen. Und ich hoffe, euch wird es auch gefallen, das zu nähen. Das Video wird dann morgen oder übermorgen hochgeladen. Da könnt ihr euch dann den Schnitt gratis herunterladen. Wenn ihr auf meiner Newsletterliste seid oder in der Sammy Facebook Handgemacht Gruppe, dann werdet ihr dort auch den Link finden. Und ich werde ihn auch auf Facebook, Instagram und Twitter rausgeben, damit ihr euch da für die ersten 48 Stunden gratis das Schnittmuster herunterladen könnt. Danach ist es dann zum Kauf verfügbar. Okay, das sind so meine kleinen Updates hier und Veränderungen auf der Sammy Webseite. Ich hoffe, ihr werdet dann euch daran machen, auch ein kleines Häschen mit mir zu nähen. Und ich hoffe, ich sehe euch ganz bald wieder. Bis dann. Tschüss!